Klaus-Peter Grunert, Verleger vom Pferdesport International, das Pferdemagazin. Ich freue mich zum dritten Mal auch hier in Gera zu sein und bei dem Gott sei Dank erfreulichen Wetter macht es immer wieder Spaß hier teilzunehmen. Journalistisch werden wir das natürlich auch aktuell mit begleiten und bei der Gelegenheit wollte ich nochmal vielleicht die Chance nutzen, unser Herausgeber Hans-Günter Winkler hat heute Geburtstag, wird 85 und ihm auch auf diesem Wege alles erdenklich Gute. Herzlichen Dank.